um 90 Prozent und da bin ich wieder ein weiterer Teil so ich vielleicht und sonst noch ein Ofen machen aber es kostet mich gerade an dass sie tausend Leute anrufen ja das klingelt hier um Sekundentakt solche jetzt noch ein paar Leiter machen oder nicht ja gut aber wir haben den Kreuz nero's mach ich wurden die 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 auch ein wir die der Wölk-Ide-Tür nicht mehr geben wo nie das wird dann auch gesperrt werden so ich habe genug Leitern gemacht mehr als ein Stack soll ich alles runterwerfen wo bist du denn soll ich runtergehen soll ich ein bisschen weiter nach unten buddeln ach und da mache ich gleich mal eine Umfrage für alle die das schauen soll ich immer so sagen ja tschüss und ja hallo und sowas oder soll ich einfach ganz normal aufhören und ganz normal anfangen ja sagt mir einfach mal so und ich habe keine Ahnung welche Ebene ich bin ich liebe das oh hier ist Lava, Redstone, Kohle, ein bisschen Eisen das komische ist ja dass man Diamanten nicht mit einer Goldspitzhacke abbauen kann obwohl er nicht wird höherwertiger ist als Eisen cool so jetzt muss die Lava hier nur noch verschwinden dann da hinten ist die Wesen Leider geht die Lava ja nicht von alleine weg doch geht nicht aber nicht ich muss wieder widersprechen die Lava geht von alleine weg aber dann brauchst du lange außer dass es nur eine Lava und ich schon eigene Ströme gewählt ah kacke ich brenne ich brenne und zum Glück ist hier Wasser ich hasse Lava ja was eine Sekunde ich wurde gerufen ja ja ach egal so verdammte Lava jetzt verschwinde doch okay ich mach dann jetzt aus ich muss jetzt ausmachen Entschuldigung dafür okay tschüss Jo Jo ich bin wieder da war kurz was essen ich habe 38 Eisen zu essen cool ich habe hier gerade Redstone gefunden mhm ok 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 irgendwie schon ne ok 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 wir wollen ja nicht in die Lava gehen wir sollten uns am besten ein Eimer machen und einen Obsidian-Teppich ach jetzt habe ich fast dasisen hier vergessen hier sind eine richtige Eisenmine Hier sieht es aus, als hätte jemand eine TNT-Mod benutzt, der jetzt Eisen erscheinen lässt und den hier explodieren lassen. Oder wie auch immer. Ich bin ja gerade in der Mine und versuche hier gerade gegen die Strömung anzukämpfen. Ja, ich habe schon drei benutzt. Ah, ich will jetzt durch. Ich komme wieder an die Oberfläche. Und hier ist auch noch so viel Kohle. Wer ist denn dieser komische Gronk-Typi? Nee, nee. Oh mein Gott, was ist denn mit dem Radar los? Ey, so ein komisch blauer leuchtender Stoff. Sind das Diamanten oder ist das Lapis-Lasuli? Ach, Lapis-Lasuli, schade. Ich mache Feuerzeuge. Mach das. Hast du denn schon genug Feuerstein? Ja. Ich mache noch ein Scherz. Und ich mache noch jetzt einen Stonewrap, einen Backstein, einen Backstein-Zugel. Ich habe noch ein neues in den Ofen getan. Ich mache es nun mal auf. Entschuldigung. 스포feier. имости. Entschuldigung. Dankeschön. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ja gleich können wir nach dem Part machen wie lange ist denn der Part jetzt schon ich war ja kurz weg ja dann können wir nicht ausmachen sagt einfach Bescheid oder wollen wir erst noch den Part schnell zu Ende aufnehmen paar Minuten und dann besprechen sind wir jetzt da und ich guck noch mal gleich welche eben nicht denn da unten bin dafür müsste ich hier nicht ich hasse es mit 5 FPS zu spielen ja genau 5 falls ihr es lesen könnt da irgendwo zwischen den Strichen 200 ja das ist Wahnsinn das kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen dass der Typ 200 hat der muss irgendwas gemacht haben und es gibt ein Problem mit der Internetverbindung hoffentlich wird das gleich behoben ok es wurde behoben hörst du mich wieder oder hörst du mich es gibt ein Problem ja und ich versuche noch mal zu erraten welcher Ebene ich hier bin kommst du auf den Server kommst du auf den Server ja auch warte ich bin ich bin Ebene also das rechts ist eine 5 und das links ist eine 1 ok Ebene 15 14 13 12 12 12 10 9 10 9 11 Fliege ich jetzt? Ich fliege gerade ist ja mal lol und jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt ja ich nehme noch auf ich mache gleich Stopp ach jetzt bin ich schon eben 8 warum habe ich noch runtergegraben wenn ich 7 aber ich habe ja geschnitten schnitten in den Teil ok dann mache ich jetzt Stopp bis zum nächsten Mal